Hallo, hier ist Marlina von Room36 und hier sind wir an der Hochschule, denn heute sind endlich die Hochschultage gestartet. Vier Tage lang wird hier Party gemacht, das Fass wurde angestochen und hier gibt es viele Sachen zu sehen und wir schauen uns jetzt einfach mal alles an. Musik Musik Musik